Pokémon Purpura Wir haben ihn mit Pumi, ja, ziemlich weggesnackt, sag mal so Und, ähm, dann haben wir ihn uns auch noch gefangen Konnten uns natürlich dann die neue Fähigkeit freischalten für Miradon Dass wir nun endlich über Wasterland schwimmen können Für einen 10-jährigen Schüler nicht schwimmen zu können, ist schon Schwierig Gut, wir holen uns jetzt erstmal diese Fähigkeit hier Windschnitt Beziehungsweise TM Und ich sehe Ein Barschuft Ich möchte dich haben Klar, hallo Wenn ich schon dabei bin Barschuft Ähm, wir füssen uns einfach mit einem Pokéball Direkt Ohne Um zu schwächen Und wieso nicht? Hat es auch direkt geklappt Kroko Makroko ist Level 23 Barschuft Äh, ja, warte mal Nennen wir dich einfach Schufti Du bist ein Schuft Oder einfach nur Schuft, Schufti, Schuft Dann machen wir Schufti So In eine Box Ich glaube, jetzt können wir auch mal wieder Unsere Pokédex hoch Nein, ich wollte da nicht runterfallen Äh, ja, hoch da Du kannst nicht klettern, ne Ich weiß Ja, oft zu Oft sich zu beschweren Dann mal hier hoch Auch nicht Geht nicht Oh ja, doch Wunderbar Na, wir wollen mal eben Mein Pokédex gucken Ob wir Ja, wir können uns wieder was Neues abholen Wir haben ja auch viele Pokémon wieder gesammelt EP Bonbons S 60 Einträge haben wir auch Dann kriegen wir einen Feuerstein Und als nächstes kriegen wir 10 Netzbälle Wenn wir 9 weitere Pokémon fangen Also insgesamt 70 Einträge Oh, wir haben schon fast 70 Pokémon gefangen Wir sind gut Wir sind sehr, sehr gut So, ne Ich sehe ein Flatutu Ich sehe ein Pampoli Mein Item Fangpikalle Ein Wuffels Ein Beleber Mehr Hickel Aber auch schon Was denn hier spinnst Wie viele Münzen gibst du mir? Eine Münze Wunderbar Super Trank Ach Ich wollte, dass mir Hickel einfach mal Wagen Jo Guten Tag Ähm Kicken wir es einfach mal weg Hickel ist da Du willst dich also heilen Oh, ein bisschen Oh, ein bisschen hast du Ein bisschen, dann konntest du mich heilen Na, Geowulf bringt halt nicht viel Oh, Fäustchen Wurde es gerade besiegt Oh Fäustchen und noch eine HP Voll Voll Das war knapp Fäustchen, wie ist eigentlich Kamera? Oh, das Fäustchen Mann So, gehen wir mal eben die Esstbonbons 21 Und erst mal dich heilen, ne? Nach Nummer Nach Kategorisoren Heilen wir dich erst mal Ach, Miss Fäustchen Mann, Mann, Mann Gibt's denn hier? So Geht weg Haben wir da unten Trainer Oh Das scheint ein starker Trainer zu sein Wir nutzen einfach mal Kroko, mal Kroko Weil die Trainer mit einem Schwarzen Text Also mit einer Schwarzen Textbox Sind teilweise Stärker als normale Trainer Mithilfe von TMs Habe ich meine Pokémon Alle möglichen Attacken Beigebracht Es kann auch sein, dass er jetzt Dass sie jetzt sehr stark ist Und wir verlieren Dann fragt uns Ein weibliches Fragt uns Ja gut, Level 20 Zieht fast nichts ab Mach mal Biss Zieht auch nicht viel Kanon Sehr hoher Initiative Wert Und wir sollten Die ganze Zeit Direkt angreifen Aber ich glaube Kroko, mal Kroko Könnte es regeln Oh ne Ja gut Tut mir leid Mach ich ungern Aber ich muss mir einen Superdrang reinwerfen Habe ich nicht gedacht Dass das Zen-Kopfschuss Mich noch Zurückstecken lässt Die spammt das hier Aber auch förmlich Ne Man sollte sich nicht immer Auf eine Attacke konzentrieren Fäustchen Fürs Kreuzhieb Das ist auch ne Kampfe Ja cool Nice Hohe Volltrefferquote Aber hat nur 80 Genauigkeit Na komm hier Mach mal Bissurzer wechseln Ich mag den Äh Diese Fähigkeit nicht Also Ich kenne sie nicht Ich benutze sie auch selten Luxio Ist das ein Ja ich weiß Was das für ein Pokémon ist Ich glaube Wir bleiben jetzt Einfach mal Das ist keine gute Idee Versuchen wir es mal Mit Promi Luxio ist die Weiterentwicklung von Äh Scheinux Ja Dachte ich nur Wir setzen einfach mal Punktensprung Sehr effektiv Okay Au Shit Oh Kann Psycho Attacken Na schade Und verdammt Piumi hat's Zeit Zeitlich hier Gesegnet Hab ich nicht Vergesst Hab ich Total vergessen Dass es in Karmus und Puppe Sowas gibt wie Kein Typenunterschied Nein Das ist nicht Das was ich meine Keine Sorge Ich will jetzt nicht Sagen dass ich Keine Ahnung Von dem Spiel Habe Das ist egal Jedes Pokémon Ist hier in dem Spiel Kann jede Attacke lernen Nein So in dem Fall Also es ist halt Vom Typ Elektro Aber es kann Eine Physische Psychoattacke Das Wundert mich halt An vielen Pokémon Ich kann ja mal gucken Vielleicht Vertue ich mich ja auch Also Bitte versucht mich Nicht in den Kommentaren Zu haten Ich muss noch stärkere TMs herstellen Das war Das war mal ein Kampf Der sich sehen lassen So Ich wollte in den Pokédex gucken Ich wollte mir Schauen wir mal Ob wir hier irgendwo finden Wird ein bisschen dauern Genau Luxio Es ist ein Elektro-Pokémon Kann also auch Seht ihr Psycho-Beißer Ja da es sich hierbei Um einem physisches Elektro-Pokémon Handelt also Da die Psycho- Quatsch Physisches Also Dass halt die Physischen Attacken Stärker sind als normal Als die Glaube ich Spezialattacken Benutzt es halt auch Psycho-Beißer Psycho-Beißer ist Eben halt Eine Attacke vom Typ Psycho Und da es glaube ich Physisch ist Kann es das Erlernen Müsste ich mal Mal Experten fragen Warum Wie Achso Stimmt ja Hier wird auch angezeigt Die letzte Letzte Entwicklung Wird mir auch angezeigt So halbwegs Okay Also habe ich jetzt erfahren Scheinlox Luxio Und Luxtra Können Psycho-Attacken lernen Nur zu wissen Okay Dann werde ich jetzt erstmal Meinen Pummel wieder beleben Und ihm direkt erstmal Einen Trank reindrücken Weil er wieder ein bisschen Geheilt ist Jetzt muss man sich bedenken Am Anfang war es noch Nicht so schwer Aber jetzt so langsam Steigt der Schwierigkeitsgrad Aber das ist nicht so schlimm Huch Was war denn mit der Kamera Los gerade Was läuft denn hier gerade rum Ach das ist ein Papuli Hier wieder ein Gearspenst Und hallo Schillingel Wo ist mein Kroko Wo ist das Ach da unten Das ist ein komischer Kampf Direkt auf der Treppe Und warum verirrt sich eigentlich Ein Pokémon Hier auf der Treppe Standpauke Eine Unlichtattacke Gewäscht gegnerischen Poké Mit einem ausführlichen Standpauk Den Kopf und Sektor Bei deren Spech Speziellangriff Nö Dann lieber nicht Möchte ich nicht Ein Donnerstein Können wir theoretisch Eigentlich Das Pikachu entwickeln Ach ja Stimmt ja Ich hab ja ganz vergessen Dich rauszuholen Ähm Nö Das klappt nicht Huch Naja Entschuldigung Da hängt ein Wablu Einfach runter der Treppe Äh Ich darf nicht Irgendwie ein Pokémon abwerfen So Das Pumi muss ja noch Äh Weiter mit mir rumlaufen Ein Gierspenst Gibt mir eine Münze Denn wir brauchen ja immer noch Tausend Schritte Haben wir noch lange nicht erreicht Damit es sich zu Pamomamo entwickelt Das sind wieder Mitkriegs Ein Pampuli Und jetzt zurück Hep Schauen wir mal hier Und ich denke auch Hä Wolltest du rauskommen Pumi Pumi Holst du mir hier die Treppe hoch Kommst du Pumi Ja nicht Komm Dann rufe ich dich zurück Was haben wir denn hier Mankes Mankis Mankis Ein Käfer Raid Ach Lil Mip Nimm wir mit Benutzen wir Kroko Makroko Alleine kämpfen So Drei und vier Sterne frei Die fünf Sterne Werden dann wahrscheinlich Nach dem Durchspiel Freigescheid Zweimal bedroht Bekommen Ich glaube das können wir jetzt einfach Mit einem Schlag Ja es wird Gut weggeholzt Ach das ist nicht Lil mit gewesen Gott habe ich mich Verzahn Es ist Ollini Um sich ja jetzt Was kann ich doof Ey Verzeihung 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 Ich werde schon sehen Wie die Leute in den Kommentaren schieben Das Das war ein Ollini Kannst du das nur vertauschen Ollini hatten wir schon Ja Hatten wir schon Geht ihr Es ist zwar nicht viel Weil die XS Bonbons Geben fast gar nichts Aber habt ihr gesehen Wie viele Perlen Wir bekommen haben Perlen sind gut Damit können wir Ja Pokedollar Verdienen Können wir verkaufen So Der nächste Raid Ist auf der anderen Seite Das ist der Käfer Die sind alles Pokémon Die haben wir schon alle Und da wartet noch ein Trainer auf uns Warte mal hier Fäustchen Ja gut Das ist abends Ne Das ist natürlich hier Äh Geist Pokémon rumlaufen War ja klar Das ist ja so ein XS gibt nicht viel Was willst du Lass uns plaudern Hallo Plattotuch Nein ich möchte dich nicht Bekämpfen Ein schwebender Pokéball Ich möchte dich bekämpfen Der Kontakt mit dem Einheimischen Ist einer der Schönsten Aspekte Das Reisen Buckpacker Lauren Fordert dich heraus Na was hast du denn Ein Evoli Schade Dass es vom Typ Normal ist Oh yeah Evoli einfach mal Gewonnen Hittet Äh Oh das war's schon Schade Das war mal ein Reger Austausch Joa Es ging fix Ich find's halt schade Dass hier nur noch Pokémon kommt Die wir schon haben Ein Käfer Mauzi Wir haben Mauzi Noch nicht Oder Schauen wir mal Ich glaube Wir haben Mauzi Noch nicht Wenn wir schon 70 Pokémon Also fast 70 Pokémon Haben Jetzt haben wir erst Fast zwei Boxen Erst Äh Wir haben Mauzi Noch nicht Wir haben Wir haben uns einfach Ein Kanto Mauzi Warum auch immer Geil Äh Quatsch nicht Warum auch immer Sondern Warum Auch nicht Wollt ihr die Möglichkeit Haben Alleine kämpfen Ein Mauzi Ist ein Typ Normal Pokémon Und hat noch den Terra-Typ Käfer Interessant Hallo Mauzi Was auch Magnetil Ich glaube Magnetil Gern haben Etwas Höhere Initiative Da es jetzt schon Zwei Sterne ist Hätte ich schon mal Ein bisschen mehr aus Aber nichts Für unseren Koko Makroko Und da haben wir Mauzi besiegt Schon interessant Mit Terra-Typ Käfer Fangen Natürlich Fangen Hallo Klar So Da haben wir Das Mauzi Gefangen Ein paar Minipilze Essbonbons Und ein paar Bären Eine Flinkfeder Geht auch noch Ist auch gut So Kann man auch Gut gebrauchen Da haben wir Das Mauzi Gefangen Katzen Pokémon Dich nennen wir Miauzi Miauzi Ja gut Okay Lassen wir Jetzt einfach So Komm Ich wollte Ein Miauzi Schreiben Aber nein Es heißt einfach Miauzi Miauzi Ja Die Namen Hier in meinem Ganzen Projekt Haben ja Sowieso Keinen Wirklichen Mehrwert Kleine Höhle Schauen wir Mal runter Mit einem Item Ein Luxusball Schade Dass wir Diese Bälle Alle nicht Benutzen werden Das finde ich Sehr sehr Schade Aber gut Okay Ich hab mir Natürlich eben Die Challenge Gemacht Also halte ich Mich auch dran Es hatte Eine Münze Das ist mir Bekannt Ich glaube Mit Größter Wahrscheinlichkeit Hat der Mauzi Als Pokémon Aber ich Kann mich Auch Täuschen Ich suche Ein kleines Pokémon Das Eine Münze Mit Sich Rum Trägt Das ist Mauzi Akademisch Schöner Vicky Fordert Dich heraus Ja Hat Tiddy Ursa Okay Puller Auf Angriff Von Fäusten Singt Oh oh Gott sei Dank Ist die Attacke Nicht sehr effektiv Ja Tiddy Ja Tiddy Ursa Ist vom Typ Normal Deswegen Nimmt das So viel Schaden Ein Ford Cheetah Auch ein Kampf Pokémon Ist das Ein Kampf Pokémon Oder Das ist die Frage Das ist die Frage 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 Gute Frage Nächste Frage Welches Pokémon Nehmen wir Ja genau Ah der Bomb Also Bumi Das war doch so Flug Kampf Pokémon Sind doch Anfällig Gegen Flug Pokémon Los Ex-Herrscher Bumi Kann mich aber auch Wieder täuschen Natürlich Nicht Oder ist das Stahl Pokémon Stahl Kampf Verdammt Ja Okay Das habe ich Da habe ich Gut Es ist ein Stahl Kampf Kann auch nur Stahl sein Das bringt Nix Weil mein Ein Eschern Ist eine Spezial Lattache Habe ich mich Komplett Vertan Ja Dachte Ich mir Feuer ist Gegen Stahl Effektiv Ja seht ihr Ich bin nicht Allwissend Was Pokémon Angeht Ich spiele zwar Wieder aktiver Seit ein paar Monaten Aber Ich habe Teilweise Immer noch Große Probleme Die Typen Zu unterscheiden So wir haben Doch glaube ich Ein Forgita Haben wir glaube ich Schon Ja wir haben Ein Forgita Fee Stahl Dachte ich mir Also nicht Kampf Sondern Fee Stahl Okay Also habe ich mich Komplett Vertan Durch ein nächstes Pokémon Center Und da ist auch schon Team Star Basis Die machen wir aber dann Denke ich im nächsten Part Weil ich sehe gerade Der Part ist schon fast Wieder zu Ende Wir gehen jetzt also Erstmal Zum Pokémon Center Das Spiel macht mir auch Macht mich aber auch Darauf Aufmerksam Dass dort jede Menge Mankeys sind Heißt also Benutzen Mankey Dann wirst du es schaffen Wir sprechen jetzt nochmal mit dir Na hast du Spaß am Kämpfen Hallo ich bin von der Pokémon Liga Hast du Spaß am Kämpfen Du hast in der westlichen Zone Eins gegen zehn Trainer gewonnen Dafür bekommst du von der Pokémon Liga Diesen fantastischen Preis Neutralschmuck Gibt man dieses gänzende Item Einem Pokémon zu tragen Können dessen Statuswerte Nicht durch Attacken Oder Fähigkeiten anderer Pokémon Gesenkt werden Wir veranstalten diese Aktion Auch in anderen Gebieten Also schau auch gerne Dort vorbei Das klingt sehr gut Dann brauche ich mir Keine Angst haben Dann gebe ich einfach Meinem Minky das Damit es nicht Von Unlichtattacken Die Initiative geschwächt bekommt Oder so Pokémon heilen Super Vielen Dank für deine Geduld Bitte behehren uns bald wieder So wir haben ja eben Gerade noch Ein paar XP Bonbons gekriegt Schauen wir mal Wir geben ihm mal drei Stück Okay Dann mal einen noch Dann ist er Level 25 Sollte eigentlich Gegen die Team Star Basis helfen Ich glaube der Level 20 Ist Das Maximum Aber ich sehe gerade Haben wir noch Zeit Naja wir haben leider keine Zeit Hier ist noch ein Flug Terra-Typ Aber Nö wir haben keine Zeit mehr Wir können vielleicht noch mal Ganz kurz hier Ne wenn wir da lang gehen Dann wird uns auch Jemand anrufen Deswegen Wir können ja mal Gerade ganz kurz Einen Blick erhaschen Einfach hier Um die Ecke Ein Schillingel Ein Wablu Vielleicht finden wir ja noch Hier auf dem Weg Noch einen Trainer Wollen wir den noch bekämpfen? Ja ne Den kriegen wir noch runter Ich möchte einen wunderbaren Preis gewinnen Also lass uns kämpfen Akademieschülerin Wanda Was ist denn da? Ein Dummiesel Schönes Cooles Pokémon Das durch Karmusin und Purpur Eine Zweite Entwicklung bekommen hat Und leider ist es auch Normal Denn ein Dummiesel hat die Entwicklung Dummiesel bekommen Das hat Warte mal Dann kam Dummiesel raus Ich glaube zweite Generation Also hat sehr viele Generationen gebraucht Bis es eine Entwicklung bekommen hat Was ist das da im Ein Wuffels Heckt da so im Felsen fest Ein weiteres Schillingel Da ist noch ein Trainer Ein Wablu Bonzel haben wir schon Oh Was ist das Schönes? Komm das Das fangen wir uns noch in diesem Part Aha Ein Legios Ein Legions Pokémon Auch ein cooles Pokémon Hat also nun Ein Pokémon Geschafft Versuchen wir es noch mal Okay Bleibt nicht drinnen Wir versuchen es jetzt so lange Mit einem Pokémon Bis es drinnen bleibt Ansonsten müssen wir eben halt So Pumi wechseln Okay Das hat doch noch geklappt Wunderbar Da haben wir Das nächste Pokémon Und ich nenne es einfach Legion Informations Pokémon Ja ich möchte es ein Filsheim geben Legion Mit dreimal O Legion In eine Box Und das nächste Pokémon Und es Ein Fogita Aber die brauche ich nicht Die habe ich schon So Jetzt erstmal aus diesem Ach so schönen Gebiet Erstmal hier kurz weg Da ist ein Schillingel noch Okay Hier sollten wir im Sicherheit sein Ich bedanke mich noch mal Für das Etwas längere Zuschauen Dieses Videos Wir sehen uns im nächsten Part wieder Wenn es weiter Heißt Pokémon Kamesin Und Purpur Kamesin